Hallo liebe Kochfreunde, wir machen ein feuriges Biergulasch. Dafür erhitzen wir 2 Esslöffel Butterschmalz und braten darin 1 Kilogramm Rindergulasch scharf an. Wir würzen mit einem Teelöffel Salz und einem Teelöffel Pfeffer. Wenn das Fleisch gut gebräunt ist, geht es weiter mit 2 gewürfelten Zwiebeln, die wir gut anschwitzen lassen. Dann löschen wir ab mit 330 ml Altbier. Und 500 ml Gemüsebrühe. Das lassen wir dann zugedeckt 1,5 Stunden köcheln. Danach füllen wir mit etwas Wasser auf für die benötigte Menge an Soße. Und würzen mit einem halben Teelöffel Thymian. 75 Gramm Eiwar. Und 2 Esslöffel Paprika rosenscharf. Wir dicken die Soße etwas an mit Soßenbinder oder Mehl. Lassen dann alles 10 Minuten ziehen. Und dann nochmal abschmecken und anrichten. Schaut euch noch andere tolle Rezepte von uns an. Ich sage Danke und Bye Bye. Schaut mal bei uns rein, wir haben ganz viele Playlists. Die Rezepte sind nach Kategorien, Festtagen und Kontinenten sortiert. Da ist für jeden was dabei.